Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist von Beelzebul besessen, mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Die Schriftgelehrten sind auch so eine Gruppe mit den Pharisäern, die genau wissen, wie Jesus ist, genau wissen, was Jesus ist. Sie haben Jesus Christus festgelegt, festgemacht und ich glaube, dass dieser Jesus gar keine Chance mehr hat, ihrem Denken und ihrer Festsetzungen zu entrinnen. Wir Menschen sind ganz oft auch so. Wir kennen Menschen, die haben wir in Schubladen gelegt. Ich weiß es, der, die ist genauso, wie ich denke. Und flugs kommt irgendwann irgendwie eine Situation, in der sich dieser Mensch so verhält und wir sagen, okay, ich habe es gewusst. Das, was ich in meiner Schublade habe, so wie dieser Mensch ist, so wie ich mir diesen Menschen vorstelle, wie ich ihn vielleicht auch gerne hätte, hat er gar keine Chance mehr, sich zu ändern, weil ich das weiß. Das ist nicht gut, weil Jesus Christus immer auch einer ist, der uns aufmundert, die Menschen auch einmal von einer anderen Seite zu sehen und vor allen Dingen den Menschen eine Chance zu geben. Nicht so wie die Schriftgelehrten, wir wissen das, ich weiß es, wir legen den fest und er wird uns immer wieder bestätigen. Nein. Andere Seite, Schublade auf, das raus und auch einem anderen Menschen auch einmal eine Chance zu geben, Erfahrungen mit diesem Menschen zu machen, die uns vielleicht verwundern, aber doch gut für beides sind. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes segne ich Sie. Amen. Amen.